Elena Carrière fühlt sich stärker und wohler denn je. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat in den letzten Jahren 10 Kilogramm zugenommen. In einem Interview mit RTL berichtet die 28-Jährige von ihrer beeindruckenden Transformation. Früher orientierte sie sich an einem sehr schlanken Körperbild, das sie heute als dürr bezeichnet. Durch intensives Krafttraining fühlt sie sich nun stark und selbstbewusst. Elena sagt über ihre Veränderung, alles hat sich verändert. Auch ihre Ernährungsweise hat sie komplett umgestellt. Sie ernährte sich früher ausschließlich vegan und wurde dabei unbewusst sehr dünn. Heute genießt sie eine vielfältige Ernährung mit Fokus auf Proteine. Viel Proteine, gute Proteine empfiehlt sie und betont, wie wichtig es ist, den Körper zu stärken. Die Transformation hat sie nicht nur körperlich, sondern auch mental gestärkt. Sie fragt sich manchmal, was Omi Elena mit 80 Jahren über Körperideale denken würde. Ihre Erkenntnis. Es geht nicht um das Gewicht, sondern darum, das Leben zu genießen. Vor kurzem teilte sie auf Instagram eine Vorher-Nachher-Collage ihrer Veränderung. Die Tochter von Mathieu Carrière zeigte den Unterschied zwischen ihrem früheren schlanken Ich und ihrer heutigen Version. Das wirklich Erschreckende ist, ich fand mich damals tatsächlich zu dick, gesteht sie. Damit macht sie auf die verzerrte Selbstwahrnehmung aufmerksam, die sie lange hatte. Heute ist Elena stolz auf ihren Körper und ihr neues Selbstbewusstsein. Sie ermutigt andere, ihren Körper zu stärken und sich selbst zu akzeptieren. Ihre Botschaft. Fühlt euch wohl in eurer Haut und genießt das Leben. Damit setzt Elena ein Zeichen für Selbstliebe und Körperpositivität. Aufmerksamkeit.